willkommen in den normen klötzern scheune mein name ist block sound freunde heute möchte ich keine witze hören ob es die größe macht oder doch eher die technik denn wir sprechen heute über das komität 2283 das sonderkasset 251 schräger neun stummel seit der nürnberger spielware messe freue ich mich auf dieses set ich durfte es damals schon in der hand halten und jetzt ist mir ein besonderes anliegen es euch hier auf meinen bautisch zu zeigen freunde kommt mit auf eben diesen dann schauen wir uns erst den innern des kartons an und dann bauen wir es zusammen ja freunde da haben wir das sonderkasset 51 schräger neun stummel hier auf den bautisch liegen aus der historie collection world war im marsch ab 1 35 485 steinchen und eine minifigur da haben wir sie ich denke mal das wird ein panzer grenadier sein denn dieses fahrzeug wurde ja hauptsächlich bei den panzer grenadieren gefahren beziehungsweise auch bei den pioniereinheiten und 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 das ein schützen panzer wagen wenn man es genau ist aber eigentlich ein mittlerer kanonen wagen denn wir haben ja hier die namensgebende stummel die 7,5 cm die kampfwagen kanone 37 11 24 in der ausführung cd dieses fahrzeuges schauen wir uns mal die rückseite an da werden wir wahrscheinlich genau hier ein original foto haben wir sehen dass das fahrzeug 17 cm lang und 9 cm hoch wird wir können das stummigen bewegen so nenne ich es mal und hinten die klappen für den transportraum aufmachen und wir sehen sogar hier genau ich hatte recht ein panzer grenadier fakten bekommt ihr gleich mp 40 ja die fakten kommt bekommt er bei mir nicht weil kubi irgendwie gefühlt die auf jeden karton drauf macht wichtiger ist aber wie immer was ist im karton oder schauen wir uns jetzt an ja freunde kubi macht chinesisch ein riesen karton für zwei kleine tüten zwar haben wir hier fast 500 steinchen aber die tütenanzahl ist eher klein tüte 1 tüte 2 und eine anleitung im jahr diener 5 format würde ich sagen klammer gebunden schön gedruckt in europa das ganze set ist pad printed ab acht jahren wir haben ein taugel zwiebel ein löwe captain planet und ein mann der witzig ist und so weiter und so fort auf der rückseite haben wir ein bisschen werbung das set da folgen wir auch schon drauf gerade in zusammenarbeit mit dem panzer museum in munster das hat 2284 das schlacht set von arras mit einem matilda und einem deutschen mit der tschechischen panzer dazu aber dann mehr wenn es kommt die karten hier hinten kennt ihr für kubis eigenes tabletop game kann man rausschneiden finde ich blöd ich glaube ich würde einfach raus kopieren aber darum geht es gar nicht wir wollen ja wissen wie geht eine kubi anleitung überhaupt tüte 1 hier oben legen uns an die seite wir sehen hier gibt verschiedene brackets und so weiter verschiedene achsen die werden uns erklärt erster bauschritt ist dann immer farbig der zweite ist dann der aktuelle farbig und der alte davor ausgegraut wir sehen immer in den kleinen vier ecken hier unten oder rechtecken welche steine wir brauchen feile weisen uns den weg und ganz oft haben wir auch so anleghilfen da sehen wir dann wie groß so eine fließe flat teil im englischen genauer ist kubi hat halt keine seiten zahlen nur diese bauschritt nummerierung deswegen können wir gucken dass wir nach zwei bautüten mit dem bau step 76 mit dem fahrzeug fertig sind und auf den letzten seiten haben wir dann immer eine zusammenbauhilfe für die minifigur und eine teile übersicht da könnt ihr dann schauen wenn euch teile fehlen da könnt ihr hier unten mit dann gleich auf der webseite diese monieren soll bei kubi vorkommen und diese beiden sets habt ihr bei mir im regal schon gesehen folgen auch aber was jetzt viel mehr folgt freunde sind die fakten auf die ihr euch freuen könnt und ich freue mich auf den bauspaß freunde bis gleich speed bild zeit ist fakten zeit und natürlich sprechen wir heute über das sonder kfz 251 schräger neun stummel aber nur so ein bisschen wir sprechen hauptsächlich über die schützenpanzer der deutschen wehrmacht freunde ich wünsche euch viel spaß bei meinen fakten der schützenpanzer bei der wehrmacht erhielt die bezeichnung sonder kfz 250 es gab ihn in unterschiedlichsten unterausführungen je nachdem für welchen besonderen zweck der gedacht war als grundversion galt hier das sonder kfz 250 als leichter schützenpanzer der mittlere schützenpanzerwagen erhielt die bezeichnung sonder kfz 251 er basierte auf dem fahrgestell des leichten zugkraft wagens drei tonnen das sonder kfz 11 die entwicklung begangen 1937 und mündeten 1938 in die serienproduktion von ihnen gab es gleich vier grundausführungen die ausführung a wog sieben tonnen war 5,8 meter lang 2,1 meter breit und 1 meter 75 hoch mit den sechszylinder meibach motor wurde eine geschwindigkeit von 50 km erreicht der fahrbereich mit den 160 litern lag bei 150 km das fahrzeug besaß zudem seitliche sehschlitze am hinteren aufbau die ausführung b verzichtet man hier aus vereinfachungsgründen auf die seitlichen sehschlitze lediglich der fahrer hatte noch einen seitlichen sehschlitz bei der ausführung c entfiel die vordere stoßstange und das buch blech wurde neu gestaltet die seitliche öffnung zum motor wurde ebenfalls neu gestaltet bei der ausführung d schließlich wurden nur noch gerade bleche verwendet das heck wurde ausladen gestaltet darüber hinaus wurden auf der basis des sonder kfz 251 schräge 1 verschiedene spezialfahrzeuge gefertigt die ausrüstung für bestimmte sonderaufgaben in die konstruktions integrierte insbesondere gab es verschiedene varianten mit umfangreicher funkausrüstung zur koordination mit der luftwaffe oder anderen panzerverbänden weiterhin wurden die fahrzeuge als träger für panzerabwehrkanonen und für wurfrahmen für zb den nebelwerfer verwendet bis 1945 wurden vier verschiedene ausführungen a bis d in den folgenden werken produziert bei hannomag in hannover hier das fahrgestell bei der autounion im werkhorch in zwickau das fahrgestell in weserhütte bad oenhausen das fahrgestell bei bissing energ in berlin oberschönweide die aufbauten und bei den deutschen werken in kiel auch aufbauten insgesamt wurden von allen ausführern und varianten 15 252 fahrzeuge gebaut die baureihe der sonderkaufzeit 2150 schräger 1 wurde eingesetzt als schräger 2 version mit einem 8 cm granatwerfer schräger 3 als funkwagen schräger 4 als zugwagen schräger 5 als pionierspähwagen schräger 6 als kommandowagen schräger 7 als pioniergerätewagen schräger 8 als krankenwagen schräger 9 als mittlerer kanonpanzerwagen mit 7,5 cm kampfwagen kanone 37 im kaliber l 24 auf den ausführungen c und d schräger 10 mit einer 3,7 cm pack also panzer abwehrkanone schräger 11 als fernsprechwagen schräger 12 als messtrup geräte wagen schräger 13 als schallaufnahme wagen schräger 14 auch als schall auswertungswagen schräger 15 licht auswertungswagen schräger 16 als flammen wagen also mit einem flammwerfer versehen schräger 17 mit einer zwei zentimeter flack schräger 18 als beobachtungswagen schräger 19 als fernsprech betriebswagen schräger 20 ganz interessant als infrarotscheinwerfer wagen der für den panther das gefechtsfeld ausleuchten sollte mit infrarot schräger 1 20 mit einer 1,5 oder 2 cm drehlings flack 151 und schräger 22 mit einer 7,5 cm pack 40 auf halt diesen spielwagen ja freunde ihr habt gesehen dieses fahrzeug gab es in allen variationen aber mich gibt es nur einmal und das ist auch gut so sagte ein berühmter politiker wo ihr mich aber auf jeden fall finden könnt außerhalb von youtube und discord ist seit neuestem bei war thunder dort habe ich mir auch das intro besorgt ich habe extra für euch ein paar stunden hardcore gespielt mit ein paar jungs vom discord danke dafür damit ich euch hier diese selbst gedrehten und selbst gefahrenen bilder des sonder kfz 51 schräger 9 in digitaler form präsentieren konnte so genug geredet wir wollen das set besprechen viel spaß beim review vom kubi z 2283 den stummel nach einer stunde und 40 minuten steht das kubi z 2283 hier auf den bautisch das sonder kfz 251 schräger 9 und da seht ihr es stummel genauso wie wir es hier auch auf unserer slope finden die bezeichnung des fahrzeugs sonder kfz 51 schräger 9 stummel und stummel ist hier irgendwie auch möglich das zieht sich durch denn ich finde das fahrzeug ist im vergleich zum ebenfalls noch bei kubi zu erhältlichen sondern kfz 251 der 2252 auch ein stummel beide kosten bei kubi um die 45 euro und jetzt könnt ihr euch überlegen welches set cooler ist natürlich haben wir es hier und wir haben neue steine aber das hier ist groß kann wirklich figuren aufnehmen hier ist eine figur dabei die eigentlich viel zu groß ist das wirkt wie so ein bobby k für so einen lanza also ich muss echt sagen finde ich ziemlich krass was kubi da macht wie gesagt beide bei kubi für um die 45 euro bei dem sonder kfz hier bei der 30 49 wird es genauso sein kostet auch 45 euro das kriegt ihr beim händler draußen aber auch schon wieder viel günstiger also muss ich echt sagen verstehe ich nicht vor allen dingen wenn kubi dann schmeißt doch das raus und lasst dann nicht die beiden noch als vergleich auf markt wer kauft sie sich denn dann doch lieber das auch wenn das antrazit ist also ja ich bin nicht derjenige der oft auf so eine kerbe drauf haut der gerne hier die große welle macht das können andere schlechter ich meine besser liegt ihr wisst bei kubi ist bei mir immer eine andere sicht auf die dinge aber hier muss man echt mal sagen das verstehe ich nicht marschab 135 alles gut casual bla 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 aber dann dürfte es beides nicht noch parallel erhältlich sein für den gleichen preis schreibt mal eure meinung darunter und ich muss sagen das schmälert für mich jetzt schon dieses ganze set das ist wirklich ein riesengroßer minuspunkt und deswegen habe ich euch hier oben mal das regal so ein bisschen schön gemacht wo ich euch mal zeigen wollte was es für schöne kubi modelle gibt das hier hat es sehr schwer für mich eines der schönsten oder schöneren kubi modelle zu werden packen wir mal die 25 22 52 so hieß sie weg und gucken uns noch mal genauer an jetzt die 22 83 sie kommt schön daher im schönen gebauten tarnmuster wir haben neue teile wie ich hier diese kleinen räder die sind neu wir haben viele drucken natürlich hier diesen tarn scheinwerfer wir haben das kennzeichen oben hier die luke die bedruckt ist die 543 die finden wir auch hier auch das balkenkreuz schön bedruckt und auch hier hinten schön die kennzeichen was aber scheiße ist beim druck das sage ich einfach mal auf youtube das wort nicht mag wird er hier die farbüberläufe die sehen überhaupt nicht gut aus nicht farbecht das ten ist kein tern auf einer dunklen rotbraunen fliese gedruckt bei dem grünen das gleiche und auf der rückseite hier haben wir oben bei der 543 dass selbe was cool ist ist die minifigur aber da kommen wir gleich zu der innenraum ist auch ganz gut eigentlich wir haben hier so dass das lenkrad wir haben hier schön diese kampfwagen kanone die war irgendwie hinten raus beim verschluss viel zu groß mir wirkt dann haben wir hier noch vier mal munition die wir da in den regalen haben das ist ganz cool wir haben das mg was auch viel zu groß wirkt im vergleich zur kanone zum beispiel und wir haben halt die sitzbänke und kisten kisten haben wir hier auch am rand die auch teilweise die verkleidung sind also es wirkt mir auch hier ein bisschen viel zu locker ihr seht auch hier da ist auch keine fließe mehr die darunter ist und wir haben hier hinten die ball joints damit wir hier die klappen aufmachen können habe ich so bei kobe auch noch nicht gesehen das ist der innenraum also an sich so wenn kobe jetzt nur 1 zu 35 hätte würde ich sagen tolles fahrzeug ist cool schöne details reingebaut und so ne aber im größeren maßstab geht das natürlich eigentlich besser hier haben wir den sparten hier diese bautechniken sind ein bisschen ähnlich wie bei dem 2252 was ich euch gesagt habe es hat auch spaß gemacht zu bauen auch wenn es prickelig ist habe mich da auch ein bisschen verbaut wir haben hier unten drin auch so brackets die wir bei kobe noch gar nicht hatten auch neue teile ich suche dass man gerade parallel in der anleitung raus das finde ich auch gut also neue steine bei kobe finde ich immer klasse bereichert das portfolio bereichert die art und weise wie man bauen kann und vor allen dingen auch für locker da draußen ist das wirklich immer was gutes wenn kobe der neue stein hat pass auf wir machen es einfach auf der rückseite da haben wir ja die stein übersicht erzähle ich euch ja in jedem video da können wir uns die neuen steine einmal anschauen sofern ich sie gefunden habe einen blick sind ja zweieinhalb seiten genau da haben wir sie noch nicht was aber gut ist wo ich gerade figur gesehen habe die ist schön detailliert schön bedruckt hat auch diesen sumpf tarn oder splitter tarn schauen wir uns gleich noch mal an wobei ich da eure hilfe brauch weil ich glaube sumpf tarn oder splitter tarn so hießen diese ja drucke glaube ich nie die wurden erst nach ende des zweiten weltkriegs glaube ich so in der fachliteratur genutzt und da oben haben wir es da dieses teil ist neu also ein bracket der halb drauf sitzt auf den einmal zweier das ist hier bei kobe die 1507 65 ein neues steinchen also auch das finde ich ganz gut dass man halt hier neun stein gemacht hat das macht und natürlich die ganzen räder was ich euch gerade gesagt habe also kobe ist er ja immer wenn sie eine lösung brauchen für etwas ja dann machen sich einen neuen stein neue gussform wie das geht in europa finde ich klasse also das finde ich gut viele sagen immer so ja vor im teil aber naja im endeffekt habt ihr schon mal ein flugzeug bei lego angeguckt oder sowas die das ist auch voller formteile und ich finde das überhaupt nicht schlimm wenn kobe für seine lösung für designs sich neue steine macht würde ich nie von form teil sprechen natürlich gibt es jetzt video und für die kommende herkules da hast du natürlich mit einem formteil komplett eine charakteristik eines sets abgedeutet alles gut aber hier nein da kann man gar nicht schimpfen also es ist wenn es nur 135 geben würde bei kobe sicherlich ein schönes fahrzeug er kriegt der gleiche detailbilder auch von unten hier wir kennen diese bauweise dass wir halt so bauen seitlich an den brick modified weg das kennen wir von den ganzen vom d-mark und von den ganzen anderen sondern kraft setzt er fährt auch richtig gut hier auf meinem bau tisch also hier sagt sagt das geht ganz gut ja typisch kobe hier bei den werkzeugen da geht beim sparten immer hier das schild ab so sagt nervt hält muss man auch rauf ruckeln in der mitte das überhaupt hält so jetzt haben wir es ihr kriegt gleich detailbilder aber viel wichtiger ist noch mal die minifigur mit der mp 40 rechts rieter die minifigur noch mal groß sie hat diesen sumpf besonders splinter tatsplitter taten hat welches richtig gesehen habe wenn ich mich richtig informiert habe sind das hier schnürschuhe war ja 37 hat so ein schlupf hemd das erkennt man nämlich hier oben seht ihr vielleicht an der schnürung hier also dass dieses hemd wurde ähnlich wie die zeltbahnen das haben nicht die lanza gemacht wir haben nämlich diese getarnten zeltbahnen diese ersten die dieses muster hatten sich übergeworfen und diese hemden gab es auch zum überwurf plus hat y riemen und ja es müsste so ab glaube ich 43 44 45 gab es dann diese tan muster und die feldmütze 34 beziehungsweise 43 habe ich auch schon mal in einigen videos aufgehabt ja freunde ich es noch mal hin denn ich bin ein bisschen wie gesagt enttäuscht von diesem set ich bleibe dabei hier links das sonder kfz das ist das schönere das hat spaß gemacht hier noch die ersatzteile und dann bin ich nach fast acht minuten auch schon fertig mit dem review freunde ihr bekommt das detail fotos und dann schauen wir uns zum abschluss noch einmal in die augen meine freunde ja freunde wie immer an dieser stelle bekommt ihr ein paar detail fotos um euch selber ein eindruck vom set zu vermitteln denn vielleicht teilt ihr ja gar nicht meine meinung zu diesem set daher diese fotos um völlig neutral hier herangehen zu können bei mir sind die kobe videos ja logischerweise nie neutral denn subjektiv denn ich schildere euch hier meinen eindruck generell kann man so reviews meiner meinung nach sowieso nie ganz neutral machen der eine hat vielleicht ein sponsoring der andere mag die marke a lieber als die marke c und deswegen glaube ich ist dieses neutrale herangehen immer ein bisschen schwierig am besten bild ihr eure meinung indem ihr einfach ein bisschen wenn ihr youtube guckt andere videos noch schaut oder euch wie gesagt hier diese bilder rein zieht und dann für euch sie richtig einordnet ja freunde wie immer an dieser stelle aber auch noch mal der hinweis unten in der infobox findet ihr links zu bilden mx punkt de beziehungsweise einen link bei dem ihr das hätte natürlich erwerben könnt wenn ihr wollt mit den 15 prozent rabattcode block star aber freunde ihr könnt da kaufen wo ihr wollt und wo euch am besten fühlt und vielleicht habt ihr auch wie ich den einen oder anderen shop betreiber als freund generell findet ihr aber auch noch links zu anderen klemmbaustein herstellern auch alles als er findet links ja das waren meine fünf cent glaube ich sagt man zu den bildern ich hier vom sonderkraft set 251 schräger 9 stummel ich freue mich euch jetzt noch einmal in die augen zu schauen ja freunde mag mal glück man hat mal pech ich habe schon so viele videos gemacht so wirklich toll und kubi set diesmal einst das mir keinen spaß gemacht hat der bau war mir zu fickelig es war mir zu kleinteilig die drucke habe ich euch gesagt sind eigentlich super bis auf die wo es das tarnmuster übergeht und dann einfach die größe zum ersten mal bin ich von einem 135 hat so richtig enttäuscht wenn ich wiederholen mich da wenn ich nur 1 35 jetzt bei kubi hätte wäre das sicherlich ein richtig tolles set aber so gefällt es mir nicht schon krass wenn ich sage dass ich die minifigur hier als das beste im set er acht aber freunde bitte schreibt mir eure meinung unten in die kommentare das ist jetzt ja hier alles nur subjektiv ich bin echt gespannt was ihr sagt trotzdem grauzt mich ein bisschen wenn ich hier an die 30 49 denke aber auch die bekommt er hier natürlich in irgendeiner form auf dem kanal würde ich aber generell noch mal bitten dass sie mir mal schreibt welches hättest ihr sehen wollt wenn ich kann euch eigentlich fast alles von kubi irgendwie review vielleicht sagt er war auch so boah du hast noch nie das und das und das und das bitte zeigt uns das einmal das würde mich wirklich freuen in diesem sinne freunde ihr wisst noch gar nicht hier tut meine katze gerade rum meine murks die eigentlich auch so ein bisserl so ein dreifarben tarn hat wie hier dieses sonderkraft hat und vielleicht kommt sie einmal her denn dann würde ich fast sagen das beste an diesem video zum schluss ist vielleicht meine kleine katze komm mal her liebe katze das ist sie muss guck mal was dazu zum stummel nichts da flüchtet sie gleich also kann ich schon mal sagen dass wenigstens zwei die gleiche meinung haben freunde geht auch mit orientieren so gut um wie ich mit meiner murks das sei jetzt gerade etwas schlimmer aus als es ist vielleicht weder zu hier schwanz noch genau vielleicht rettet content dieses video in diesem sinne freunde habt spaß bleibt gesund auf wieder bauen euer freund der blog star und 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 Vielen Dank.